Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 3 Götter der Marung. Beim letzten Mal, ja, haben wir uns um die letzten Empfehlungsschreiben gekümmert, die wir so in Silden bekommen können und sind dann auf in Richtung Geldern gezogen, was mehr schlecht als recht lief, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Viecher unterwegs haben uns doch schon ganz schön zugesetzt, vor allem diese Wölfe. Und ja, wir sind hier in Geldern, weil wir ein Amulett besorgen sollen für Meryl von einem gewissen Dylan. Und gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass es hier auch noch ein paar Aufträge für Empfehlungsschreiben gibt, weil ich ja das eine in Silden vergeigt, also was heißt vergeigt habe. Ich habe mich halt dagegen entschieden. Gucken wir mal. Ich würde mal sagen, wir gucken uns erstmal in der Folge jetzt in Geldern um. Warum will hier keiner mit mir reden? Na gut, wir schauen mal. Ja, ich will die Leute jetzt nicht unbedingt alle gerade ausnehmen. Ich meine, ich könnte die natürlich jetzt alle beklauen auch. Die gucken scheinbar nicht so drauf. Hier war früher eine ganze Menge Gold drin auf dem Tisch, aber das scheint nicht mehr da zu sein. Ist die Frage, hier waren früher halt auch recht gute Truhen drin, ob sich das lohnt hier reinzukommen. Ich weiß halt nicht, wie gut diese Krieger aufpassen. Früher konnte man sich ganz gut an die Orks vorbeistibitzen hier. Ähm, müssen wir mal schauen. Prinzipiell gab es damals recht viel in Geldern mitzunehmen. Also so klaumäßig. Das Problem ist, ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, ob die hier genauso aggressiv reagieren, wenn was abhanden kommt, wie früher. Ach komm, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das zählt, glaube ich, sowieso nicht. Hm. Wie früher. Oder ob man hier theoretisch nach Herzenslust einfach klauen darf. Weiß ich halt nicht. Ich belasse es erstmal dabei, dass ich nicht zu viel klaue. Nur, also, ich meine, sowas wie eine Schatzkammer würde ich halt mal theoretisch ausnehmen. Oh, guck mal. Hier steht etwas über die Kunst des Schmiedens. Hm, schön. Warum auch nicht? Ich könnte den Schmied halt ausnehmen. Ah, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits wollen wir ja eigentlich den Leuten helfen, ne? Andererseits. Ich brauche das Geld halt super dringend. Ich lasse es erstmal noch. Ich meine, so ein Pokal bringt auch nicht so viel. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Ich habe ein Bastardschwert. Ich will auch ein Bastardschwert. Ich fühle dich besser um deinen Kram. Sag mal, gibt es hier keinen, mit dem ich reden kann? Das kann doch nicht sein. Was ist denn mit dir? Also, ich wollte schon sagen, hast du auch was? Waldläuferkleidung. Du bist so ein Waldläufer. Na, von mir aus. Kostet halt zum Glück mal nur 25.000. Was ist das denn? Gepanzerter Lederhelm. Interessant. Hauptsache, der verkauft auch die Krone. Warum ist denn alles so scheiße teuer hier? Einfach mal 25.000. Na klar, kann man sich sicher leisten. So, das hier ist die Taverne. Nicht so wirklich. Hauptsache, da pennt einer mitten am Tag. Na gut, sehen wir mal weiter. Ach, guck mal. Wer bist du? Ein Bürger Myrthanas, so wie du. Nur ein Bürger Myrthanas? Ich habe nichts Falsches gemacht, okay? Ganz ruhig. Ich brauche nur etwas Hilfe. Was ist denn der gleich so schreckhaft? Mein Gott. Hä? Ich wundere mich gerade. Verkaufst du mehr Waffen jetzt, wo der Krieg begonnen hat? Woher weiß ich denn, dass er vorher Waffen verkauft hat? Naja gut, wir fragen einfach mal. Verkaufst du mehr Waffen jetzt, wo der Krieg begonnen hat? Was? Oh, nein. Das wäre ja schrecklich. Ich hasse Waffen. Und ich verkaufe nichts, was man zum Töten benutzen kann. So wahr mir Innos helfe. Hast du auch Orks als Kunden? Bei Innos, nein. Ich habe nichts im Angebot, was sie interessiert. Also lassen sie mir die Ruhe. Aber sie gehen zu den anderen Händlern. Allerdings nehmen sie sich einfach, was sie brauchen. Und verschwinden dann wieder. Hm, okay, gut. Der ist also doch kein Waffenhändler. Wie wir jetzt darauf kamen, ist mir ein bisschen schleierhaft. Aber okay. Was weißt du über Gorn? Oh, es heißt, er wäre eine Bestie in Menschengestalt. Ein ganz fürchterlicher Kerl. Irgendwann wird er uns bestimmt alle töten. Oh, Innos sei mir gnädig. Also über Gorn hören wir insgesamt nicht so viel Gutes, muss man mal ganz ehrlich sagen, ne? Na gut, kommen wir jetzt zu dem Amulett. Hör zu, Händler. Du hast etwas, was ich brauche. Also her damit. Nicht schon wieder. Bei Innos. Hat Meryl dich geschickt? Ja, das hat er. Oh nein, oh nein. Nicht schon wieder. Bitte, kannst du mir helfen? Du bekommst auch eine Belohnung. Bitte, hilf mir. Bitte. Okay. Dann lass mal hören. Hä? Wie? Ja. Ich kann dir dieses Amulett geben. Es ist magisch. Du bekommst es, wenn du Meryl davon überzeugst, mich nicht mehr auszunehmen. Na, was sagst du? Ein magisches Amulett. Oh, bei Innos. Was willst du denn noch? Ich will das Amulett und ein Empfehlungsschreiben. Was? Mehr nicht? Klar, das bekommst du. Aber bitte rede mit ihm. Bitte, bitte. Also darf ich das richtig verstehen? Wir kriegen von ihm das Amulett und ein Empfehlungsschreiben, wenn wir Meryl dazu bringen, ihn nicht mehr auszurauben. Und Meryl raubt ihn ja im Prinzip, oder ich weiß nicht, ob er ihn nicht mehr ausrauben kann. Und gibt uns ein Empfehlungsschreiben, wenn wir ihm das Amulett bringen. Also im Prinzip kann ich für eine Aufgabe zwei Empfehlungsschreiben kriegen. Ich würde sagen... Ich könnte dir bei der Sache behilflich sein. Sehr schön. Schauen wir doch mal. Noch ein Empfehlungsschreiben. Sehr schön. Im Prinzip hätten wir dann ja alle fünf, wenn wir das erledigen. Aber ich will noch nicht aus Geldern weg. Erstens will ich mich hier noch ein bisschen umsehen. Und zweitens... Äh, will ich erst den Teleporter nach Geldern. Ich ruhe mich ein wenig aus. Warum sind diese ganzen Minenarbeiter eigentlich nicht in der Mine, frage ich mich gerade mal so. Ich meine, hier laufen ja einige von denen rum. So, hier war früher ein Alchemist drin. Vielleicht ist es ja immer noch ein Alchemist. Komm, du hast den... Ach, du hast es auch nicht. Mann, warum hat denn keiner dieses Rezept für Heiltränke aus Heilpflanzen? Das kann doch nicht so schwer sein. Ich glaube, da oben war früher auch ein Alchemist. Vielleicht finden wir da ja das Rezept, was wir suchen. Hier ganz oben. Vielleicht wohnt da ja wieder ein Alchemist. Zumindest ist da ja ein Alchemie-Tisch dann wahrscheinlich. Ja, nur ein Pult. Okay. Bist du ein Druide? Hallo. Kann ich vielleicht was für dich tun? Na gut, ich sag mal, der eine Typ hatte gerade eine Waldläuferkleidung. Also was frage ich, ne? Der hat das auch nicht. Aber der hat... Der hat Stäbe. Alter, 12.000. Alter, das ist ganz schön teuer. Das Ding ist, ihr habt euch ja so ein bisschen zumindest schon mal entschieden. Oder ja, die Ersten haben sich entschieden, in welche Richtung wir denn eigentlich skillen wollen. Und zwar war ein Großteil, also ein Großteil halt für Magier, aber ein bisschen auch für Krieger. Den Jäger wollten diesmal nicht so viele sehen. Und ich denke... Also ich glaube, hier kaufe ich jetzt echt nichts. Und ich denke, wir werden es dann so machen. Ich kann es ja mal ganz kurz zeigen. Moment, war das Falsche? Hier. Wir werden diesmal auf diese Skills einfach verzichten. Das heißt, auf die Jagdtalente werden wir einfach verzichten. Ähm, werden auch nichts in Jagdgeschick stecken. Aber wir werden halt ein bisschen in Magie gehen. Vor allem halt in die Zauber. Müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir da genau gehen. Also wir brauchen prinzipiell erstmal einen Angriffszauber. Das ist entweder der Feuerball, der Blitzschlag oder die Eislanze. Ist im Prinzip egal, welchen wir davon nehmen. Wobei, ich muss sagen, der Blitzschlag ist davon der schlechteste, finde ich einfach, weil der keinen Zusatzeffekt hat. Eislanze kann halt einfrieren und Feuerball verbrennen. Das sind halt wenigstens noch so ein paar Zusatzeffekte. Ähm, müssen wir mal gucken. Ich glaube, das Problem ist, Eislanze kann ich wahrscheinlich nur von richtigen Droiden oder Wassermagiern lernen. Wassermagier gibt es nur in Varant und Droiden. Weiß ich nicht, ob wir welche finden. Deswegen werden wir wahrscheinlich auf den Feuerball gehen. Da gibt es ja eine Innos-Statue direkt in Silden. Und dann sehen wir mal weiter. Ich meine, wir müssen uns ja auch nicht auf einen Gott eigentlich spezialisieren. Habe ich mir dann gedacht, weil, seien wir mal ehrlich, die Götter sind eh verschwunden. Wir können uns jetzt spezialisieren, wie wir Bock haben. Also wir werden auf jeden Fall ein bisschen auf Magie gehen. Und dann werden wir danach, denke ich, da muss es sein, genau, werden wir auch noch ein bisschen auf Stärke gehen und ein bisschen die Kampftalente lernen. Also wir gehen quasi auf Stärke und altes Wissen, weil altes Wissen brauchen wir für Magie. Und gehen dann hier so ein bisschen auf die Kampftalente und hier vielleicht noch auf ein paar Magie-Talente und auf Zauber. Das heißt, wir machen so eine Art Krieger mit Magie, beziehungsweise Kampfmagier, wie man es bezeichnen will. Ich weiß noch nicht, ob ich dann Roben nehme oder normale Rüstung. Müssen wir mal schauen. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Prinzipiell würde ich das ganz gerne lernen, schneller lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir eh auf altes Wissen gehen, will ich das sowieso so früh wie möglich lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ja jedes Mal ein zusätzlicher Lernpunkt ist. Das wäre halt relativ clever, aber da muss ich halt auch erstmal jemanden finden, der mir das beibringen kann. Na gut, soviel dazu. Sehen wir uns mal weiter um. Wen haben wir denn hier noch? Noch einen Alchemisten. Ah, wieder nur ein Pult. Ja gut, gell, dann war ja früher die Stadt der Alchemisten und der hat halt auch nicht den Trank, den ich gerne hätte. Das gibt's doch überhaupt nicht. Warum haben alle nicht diesen Trank, den ich suche? Warte mal, war hier drüben nicht auch noch so eine Schatzkammer? Auf jeden Fall ist sie nicht bewacht. Und nicht mal abgeschlossen. Ja, hier war eine Schatzkammer, ich wusste es da. Oh, ich bin jetzt gerade ein bisschen hin und her gerissen. Oh, da ist sogar eine Bartachs dabei. Ich glaube, die gibt richtig viel Geld. Ach, wisst ihr was? Also, ich brauch's einfach. Wir tun's ja fürs Wohle, mir Tarnas kommt. Wir nehmen das mal jetzt mit und ich hoffe mal, dass die uns dann nicht gleich als Dieb suchen. Ich werde ja jetzt sehen, wie sie darauf reagieren. Wenn sie quasi jetzt langsam sagen, hier, du wirst, oder wir beobachten dich, dann weiß ich, ich muss ein bisschen aufpassen. Wenn sie das nach der Aktion nicht sagen, weiß ich, denen ist das gar nicht so wichtig, wenn ich hier was klaue. Ich kann ein bisschen mehr mitnehmen. Aber die Schatzkammer mitzunehmen war, glaube ich, ganz clever. Also, das heißt clever. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Wir können doch mal ganz kurz gucken. Ja, wir haben jetzt alleine 1600 und wir haben halt diese Bartachs, die halt einfach 1750 wert ist. Ich hab's gewusst. Diese Äxte sind halt so super viel wert, die kann man so gewinnbringend verkaufen. Das ist so geil. Oh, wer bist du denn? Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Hm, na gut. Ähm, Karawanenhändler. Okay, dann halt nicht. Alles Karawanenhändler hier. Was willst du? Das ist eine alte Truhe. Die könnten dann natürlich auch interessant werden. Schwere und alte Drohnen brauchen wir im Prinzip. Ich glaube, dieses Ding, da können wir nicht hochheben, oder? Brauchen wir, glaube ich, 200 Stärke für. Das ist zu schwer für mich. Wir können den nicht mal leicht anheben. Gut, aber die scheinen jetzt hier nicht auf uns irgendwie bedacht jetzt zu sein, die Wachen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, dass wir relativ simpel klauen können, ohne dass wir gesehen werden. Das ist ja eigentlich ganz cool. Da will ich nämlich eigentlich da hinten auch mal einbrechen. Ich weiß, wie gesagt, ich will die einfachen Leute nicht beklauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so ein bisschen Zeug mitnehmen kann ich ja. Ich nehme das einfach mal schon als Bezahlung, dass ich den Krieg beende. So, hier müsste ja wahrscheinlich... Das müsste doch Innox sein, bestimmt. Weil der soll ja über Geldern jetzt wachen. Guck mal, da ist schon wieder ein Drohide. Und Innos sprach zu einem ewigen Wanderer, leg deinen Stab erseite. Und an seiner Stadt gab ihm Innos das Zepter. Und der ewige Wanderer wurde sein Diener. Ja, ja, die Story kennen wir schon. Ich habe die auch schon mal komplett erzählt. Und zwar alle drei. Es gibt ja drei verschiedene Storys. Einmal über Innos, einmal über Zuben, also den erwählten Belias. Und einmal über... Also beziehungsweise einmal gibt es die prinzipielle Göttergeschichte. Die des alten Volkes. Es gibt die über Roba, den erwählten Innos. Und die über Zuben, den erwählten Belias. Und das habe ich alles schon mal in meinem Gothic 3 Let's Play erzählt. Das werde ich jetzt nicht nochmal erzählen. Und vor allem, weil die Geschichte uns ja eigentlich auch ziemlich egal sein kann. Weil die Götter eh verbannt sind. Deswegen werde ich da mal nichts sagen. Sind das goldene Teller wieder? Nee, wollte ich schon sagen. So, Enoch. Wir dachten, du wärst tot. Wo steckt Xardas? Ich beantworte deine Fragen später. Im Moment haben wir andere Sorgen. Na gut, okay. Ich bin dir sicher, du hast noch zu tun. Ich dachte, mit dem könnte man reden. Warum wissen eigentlich alle über Xardas Bescheid, ey? Hm. Eine alte Truhe. Die wäre halt interessant, ne? Noch ein Buchständer. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Hirten Belias Einheit gewinnte. Und die Macht war Feuer. Und er lenkte es nach seinem Willen. Hm. 29 altes Wissen. Ach, guck mal. Das hat sogar einen Namen, der Typ. Und der kann mir was über alte Magie beibringen. Ich guck aber erst mal, was der zu verkaufen hat. Er hat ihn. Er hat ihn, Leute. Endlich. Meine Güte, ey. Kann ich dir vielleicht noch was verkaufen? Ja, das Dieb ist gut. Verkaufe ich bei einem Dieb. Die Waffen, die ich gekriegt habe beim Schmied. Er hat was zu verkaufen. Was kannst du mir eigentlich beibringen? Bringen wir etwas über alte Magie bei. Zauber auch? Ne. Er kann mir beibringen. Er kann mir schneller Lernen beibringen. Sehr gut. Warte mal. Wie viel altes Wissen brauchte ich dafür? Kurz geschaut. Moment. Ich drücke mal die falsche Taste. Verdammt. 50. Passt mal auf. Ich würde mal sagen, wir machen es mal folgendermaßen. Also. Ich habe jetzt noch nicht genau geplant, wie wir das machen. Aber ich denke mal, wir werden jetzt erstmal komplett auf altes Wissen gehen. Zumindest bis 50. Denn 50 können wir schnelles Lernen lernen. Wenn wir sowieso auf altes Wissen gehen wollen, ist es eigentlich das Sinnvollste, so früh es geht, auf schnelles Lernen zu gehen. Weil wir dann mehr Lernpunkte im Endeffekt bekommen. Ähm, mit 50 altem Wissen müssten wir theoretisch auch den Feuerball lernen können. Genau. Das heißt, wir... Oh, und wir brauchen sogar schnelles Lernen für den Feuerball. Sieh mal eine an. Das heißt, ich denke, wir gehen jetzt erstmal auf... Ähm, altes Wissen bis 50. Die Eislanze braucht sogar noch ein bisschen mehr. Lernen dann wahrscheinlich den Feuerball. Dafür die Eislanze brauchen wir eh 60. Lernen dann den Feuerball. Und gucken dann, ob wir vielleicht ein bisschen auf Stärke gehen. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Bringen wir etwas über alte Magie bei. Deswegen, bringen wir mal was bei, Freundchen. Altes Wissen. Ich hoffe, ich habe genug Geld dafür, um ehrlich zu sein. Gut. Ich glaube, 1000 hatte ich. Nur weiter. So, jetzt fehlt uns noch genau ein Punkt altes Wissen. Ähm, und ja, hauptsächlich Gold halt. Also im nächsten Level ab, wenn ich genug Gold kriege, können wir auf jeden Fall schnelles Lernen lernen. Das wäre echt gut, um ehrlich zu sein. Oh, schon wieder eine alte Truhe. Ich bin gerade echt ein bisschen... Ach, guck mal, ein Alchemie-Tisch. Sehr schön. Da kann ich mal ganz kurz gucken, wie viele Heiltanke können wir denn brauen. Fünf Stück. Na, es ist immerhin besser als nichts. Uns fehlt vor allem Wasser gerade. Gut zu wissen. Aber einige unter den Nomaden wollten Innos nicht folgen. Und das Volk der Nomaden ward gespalten. Und die Innos folgten, errichteten große Tempel und wurden das Volk von Varand. Und das Zepter war ihr Zeichen der Herrschaft. Ja. Sehr schön. Damit haben wir schon mal das alte Wissen, das wir brauchen. Und ich glaube, ich nehme jetzt diese alte Truhe aus. Ich gucke bloß ganz kurz, ob hier irgendeiner ist, der mich sehen könnte. Ich brauche die halt. Also was heißt, ich brauche die? Ich hätte die halt... Abgebrochen. Oh, ich dachte jetzt schon. So, schnell mitnehmen. Gruppenhypnose. Interessanter Zauber. Hm, Gruppenhypnose. Schlösser öffnen, das ist auch nicht schlecht. Auch... Ah, wir haben sogar genug Mana. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ein Amulett. Mehr Lebensenergie. Gut, das kann auch nicht schaden. Das legen wir einfach mal an. Besser als kein Amulett, ne? Du bist nur ein Pult. Sehr schön. So, die restlichen Truhen kann ich natürlich erstmal nicht ausnehmen. Gut, dann gucken wir uns mal noch ein bisschen weiter um. Frage ist, wie spät ist denn das jetzt gerade? 16.40. Ich würde sagen, wir gucken uns noch ein bisschen um. Und werden dann in der Nacht vielleicht mal das da hinten ausnehmen. Wie gesagt, ich nehme das gleich mal als kleine Bezahlung. Aber solange können wir uns ja den Rest von Geldern mal noch angucken. Wer bist du denn? Schon wieder ein Händler. Der verkauft Essen. Na gut, aber solche Händler muss es ja prinzipiell auch geben. Wie gesagt, ich werde das einfache Volk jetzt hier nicht ausnehmen. Aber so diese besonderen Sachen kann man ja mal mitnehmen. Vor allem, weil ich sie auch... Was ist das denn? Gepanzerter Lederhelm. Eine etwas einfachere Variante des Topfhelms. Sieht irgendwie seltsam aus. Hauptsache, der verkauft auch eine Krone. Und der hat halt erstmal 20.000 Gold. Ich hätte halt gerne einen Schmied-Waffenhändler. Bei dem ich... Ah, guck mal. Sehr schön. Wie aufs Wort, bei dem ich meine Waffen verkaufen kann. So, ich brauche nur ein Langschwert. Die brauche ich gar nicht. Die Bartachs, die bringt nämlich viel Geld. Die rostige Streitaxt und die Holzfällerachs. Da noch den Schild. Und das verkauft... Das könnte ich bei einem normalen Händler verkaufen. Zack. Damit haben wir schon mal 2750 Gold. Wo ist denn der Händler jetzt hin? Ich kann mal ganz kurz noch das... Störe mich nicht. ...restliche Fleisch auch braten. 15 Stück immerhin wieder. Damit haben wir nämlich schon 29 jetzt. Das ist sehr gut. Da sind wir gar nicht so schlecht. Teiltränke haben wir jetzt auch inzwischen. Neun. Gibt es hier vielleicht noch was Interessantes? Vielleicht hat der ja eine schwere Truhe hier drin stehen. Ne. Wie gesagt, schwere Truhen nehme ich dann trotzdem noch mit. Und alte Truhen, die sind halt dann doch noch ein bisschen was anderes. So, warte mal. Dir verkaufe ich jetzt... Die Pokale und Schatullen einfach mal. Na, immerhin... Ach, das hätte ich noch. Ach komm, dann kann ich jetzt auch dir verkaufen. 307. Sehr gut. Damit haben wir 3000 Gold. Das heißt, beim nächsten Level ab können wir auf jeden Fall schon mal schneller lernen lernen. So, hier hat früher der Assassine drin gewohnt. Ne. Ich erinnere mich genau. Jetzt wohnt hier scheinbar keiner mehr. Auch eigentlich schade drum. So, und hier gibt es scheinbar eine Arena. Ich denke mal, wir werden uns wieder prügeln. Gibt ordentlich Erfahrung. Und vielleicht kriegen wir ja sogar ein bisschen was für... Ey, du. Bist du ein Kämpfer oder der Meister? Hallo. Kommst du von hier? Erkennst du mich etwa nicht? Ähm, nein. Mich kennt doch jeder. Ich bin der Arena-Champion von Geldern, du Penner. Alter. Selbst die Blätter an den Bäumen erzittern bei meinem Anblick. Wahrscheinlich, weil sie sich vor Lachen kaum an den Bäumen halten können. Eine große Klappe hast du ja. Zeig mir doch mal in der Arena, ob du sonst noch was drauf hast. Na? Wie wäre es mit einem Kampf? Warum nicht? Hm. Die Frage kannst du dir nach dem Kampf selbst beantworten. Red mit dem Arena-Meister. Er wird den Kampf vorbereiten. Okay. Dann schauen wir doch mal. Wahrscheinlich darf ich gegen den aber so aggressiver Minarbeiter... Wahrscheinlich darf ich sowieso noch nicht sofort gegen ihn kämpfen, oder? Das ist so einfach mehr. Hallo, ich hab da ein paar Fragen. Ah, ein Krieger. Bist du hier, um dich mit mir im Kampf zu messen? Nein, ich hab doch gesagt, ich hab ein paar Fragen. Pah. So, doch nur ein Schwächling. Los, kämpf gegen mich. Weiß mir, dass du ein Mann bist. Na gut, wenn du unbedingt aufs Maul willst. Kämpfe ich gegen dich. Sehr gut. Aber wenn du gegen mich antreten willst, musst du erstmal Johann besiegen. Etwas Übung tut dir sicher gut. Also mich raten, ist der Typ, der hier daneben sitzt. Ja, war ja klar. Tritt in der Arena gegen mich an. Ich werd dir auch nicht allzu sehr wehtun. Mach dir mal keine Sorgen. Wenn deine Fresse an meinem Stiefel klebt, tut mir das nicht weh. Wow. Einfach wow. Hey, ich würde gerne wissen. Und ich suche jemanden, der in der Arena gegen mich kämpft. Na, wie wär's? Oder hast du etwa Schiss? Na gut, ich kämpfe gegen dich. Für ein paar Lacher bist du sicher gut. Mit einem gebrochenen Kiefer wirst du nicht mehr lachen. Wenn du mich schlägst, kannst du gegen Brennus kämpfen. Und wenn du ihn besiegst, darfst du gegen den Champion antreten. Okay, also prinzipiell haben wir auch das gleiche Aufgebot wie in Silden. Das heißt, einen relativ leicht gerüsteten mit einer kurzen Waffe, einen etwas schwerer gerüsteten mit einer langen Waffe und den stark gerüsteten mit Schild und Kurzwaffe. Na gut, okay. Du bist dann wahrscheinlich der Arena-Leiter hier, ne? Ich möchte gegen einen deiner Leute kämpfen. Immer diese Kämpfe heutzutage. Also pass auf. Das sind die Regeln. Als erstes musst du gegen Johann antreten. Ja, ja. Wenn du ihn besiegst, kannst du gegen Brennus kämpfen. Hast du ihn auch geschlagen, darfst du gegen den Champion antreten. Also los. Dann zeig mal, was du kannst. Ich finde es blöd, dass man hier kein Gold setzen darf, muss ich sagen. Da könnte ich wenigstens ein bisschen was verdienen. So, vielleicht speicher ich mal sicherheitshalber. Wobei ich glaube, der kann mir halt eigentlich nichts. Sehr gut getroffen. Zack. Zack. Der Typ kann mir halt nicht gar nichts. Der hat halt die gleiche Reichweite wie ich. Und ja, hat nicht mal ein Schild. Von daher. Oh, schöne Heilpflanze. Kann ich mir nochmal ein Heilpflanze. Ah ne, Moment. Mir fehlt ja Wasser für Heiltränke. So, Freundchen. Dann steh mal wieder auf. Ich will einfach nur, dass der aus der Arena geht, bevor ich mit dem nächsten Kampf anfange. Sonst steht der im Weg rum gleich. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Also im Prinzip wird der Typ wieder am schwersten, weil ich den nicht stechen kann. Und bei dem Typen da muss jetzt... Vielleicht solltest du dir einen neuen Job suchen. Und bei dem Typen da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich den ersten Stich hinkriege. Aber ansonsten sollte das machbar sein. Du hast gewonnen. Aber der nächste Kampf wartet schon auf dich. Bring die Sache zu Ende. Diese ganzen Kämpfe schlagen mir schon aufs Gemüt. Wieso bist du dein Arena-Meister geworden? Naja, von mir aus. So, also wie gesagt, bei dem ist jetzt wichtig, den richtigen Punkt einfach nur zu treffen. Genau, jetzt und jetzt einmal stechen. Sehr gut. Umhauen und jetzt einfach nur immer im richtigen Timing. Zack, zack. Und zack. Und tschüss. Oh, schön das Level ab. Geil. Geil. Das heißt, gleich gibt's schneller Lernen für uns. Hauptsache ich hab den erstmal aus der Arena geprügelt. Und wie gesagt, der wird jetzt halt am schwersten, weil ich den nicht stechen kann. Deswegen muss ich bei dem wieder so ein bisschen aufpassen, dass ich, ja, den sinnvoll angreife. Aber ich meine, wir haben jetzt eine Rüstung und ein besseres Schwert als den Silgen. Das sollte also machbar sein. Mann, ich hab's immer noch drauf. Sollte also prinzipiell machbar sein, denke ich. Du darfst jetzt gegen den Champion antreten. Ich hoffe, er macht die Sache kurz. Ja, ja. Kurt. Na, dann komm mal her, Kurt. Komm her! So, ich muss... Genau auf den musste ich warten, ne? Danke, du machst es mir gerade super einfach. Und die restlichen lieber blocken. Und zack. Und zwischendurch immer ein bisschen Ausdauer sammeln wieder. Er macht es mir gerade einfach. Das Problem ist gerade ein bisschen, dass die Arena nicht so groß ist wie in Silden. Deswegen hab ich hier nicht ganz so viel Platz. So. Aber es wird schon. Oh nein. Du hast den Platz verlassen. Du bist besiegt. Ah, ernsthaft. Die anderen Penner waren doch keine Gegner. Jetzt zeig ich dir mal, was ein richtiger Kampf ist. Ah ja, okay. Danke. Ah, geil. Ernsthaft. Das lief so gut. Jetzt heilt er sich wahrscheinlich wieder hoch, oder? Vielleicht mit etwas Glück heilt er sich nicht hoch. Komm. Ich will nochmal. Wie du willst. Du darfst nochmal ran. Eigentlich gut, dass wir kein Gold gesetzt haben, weil sonst hätte ich das jetzt verloren gehabt. So, ist der jetzt wieder hochgeheilt? Ach so, der wird automatisch wieder hochgeheilt. Na gut. Das lief eigentlich so gut. Ich hatte den auf die Hälfte runter und dann bin ich aus Versehen aus der Arena. Genau das meine ich. Ist halt deutlich kleiner, ne? Als in Silden. Wodurch das halt schwer wird. Das war knapp. Ah, ich bin gut dabei, denke ich gerade. So. Ach shit. Ich wollte nicht angreifen. Uh, das war knapp. Ich dachte schon, der haut mich wieder aus der Arena. Das wäre ja nervig gewesen. Komm, mach wieder deinen Stich. Ah, jetzt will ich echt sicherheitshalber nur noch auf den Stich warten. Sonst hätte ich vielleicht jetzt ein bisschen... Alter, dein fucking Ernst. Jetzt hat er mich umgehauen. Na, der hat mir nichts abgenommen. Sehr schön. Normalerweise nehmen die einem das Schwert ab. Aber gut, das hat er diesmal nicht gemacht. Da bin ich glatt ein bisschen froh. Dann können wir es nämlich nochmal versuchen. Das war jetzt irgendwie ein bisschen peinlich. Ich bin halt einmal in seinen verdammten... Ach komm, ich nehme einen Heiltrank hier. Ich bin halt einmal in seinen verdammten Stich reingerannt. Okay, komm. Einmal probiere ich es noch. So, komm schon. Ich will nochmal. Wie du willst. Du darfst nochmal ran. Gut, dass wir kein Gold setzen. So, ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich das probiere. Jetzt klappt das aber auch hoffentlich hier. Komm her! Ich meine, solange der mir mein Schwert nicht wegnimmt, ist alles in Ordnung. Mach mal deinen Stichangriff, bitte. Einige Probleme erleben sich von dir. Ja, komm schon. So, dann greife ich halt hier zwischen an. Da sollte eigentlich auch genug Zeit sein. Mist. Da macht er halt gerne so einen schnellen Angriff hinterher. Da muss man es halt ordentlich timen, dann kriegt man es auch hin. Ah, danke. Ich darf halt nur in den Stich nicht reinrennen. Das ist eigentlich der ganze Trick. Aber ich meine, ich denke, das war den meisten Leuten auch klar. Dass man das nicht darf. Oh, das war schlecht. Kurz mal ein bisschen Ausdauer. Danke. Jetzt machst du es mir gerade einfach. Zack. Kurz ein bisschen Ausdauer. An sich ist der, wie gesagt, kein Problem. Das erste Mal bin ich halt aus der Arena gerannt und jetzt habe ich mich einmal blöd treffen lassen. Ich meine, das Ding war auch, wenn er mich einmal trifft, ist das eigentlich kein Problem. Das Problem war, dass er mich dann halt dadurch mit einem starken Angriff treffen konnte. Und der macht dann halt schon ein bisschen Schaden, muss man ganz klar sagen. Ich meine, so ein normaler Angriff geht auch. Aber der Starke macht dann schon ordentlich Damage, ne? Weil der halt schon ein bisschen stärker eigentlich ist als ich. Und ich eigentlich nur durch meine Gewitztheit hier eine Chance habe. Und zack. Hat der eigentlich einen Ork schlechter? Ich glaube ja, ne? Zack. So, kurz wieder ein bisschen Ausdauer. Und zack. Gleich Hammers. Und zack. Ein Treffer noch. Und tschüss. Na, also geht doch. Meine Güte. War nicht sonderlich gut von mir gekämpft, muss ich sagen. Also im zweiten Kampf. Aber ich meine, war halt ein kurzer Fehler und der reicht halt leider schon auf unserem Level. Aber im Endeffekt haben wir es geschafft. Und wir können theoretisch schneller lernen. Lernen. Und ich glaube, das mache ich dann auch direkt, bevor ich zufällig noch ein Level aufsteige. Wir sprechen uns noch. Ach, verschwinde und lass dich hier nicht mehr blicken. Ja, ähm, ich hab's geschafft übrigens. Und jetzt meine Belohnung bitte. Weiter so. Vier Heiltränke, na immerhin. Bin ich eigentlich damals zu dem Typen nochmal hingegangen und hab mir die Belohnung abgeholt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher in Silden. Ist aber auch nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir werden jetzt ganz, ganz, ganz flott noch dies schneller lernen lernen. Wie gesagt, einfach damit ich nicht aus Versehen noch ein Level aufsteige. Weil, ich meine, es wäre halt Verschwendung von Lernpunkten einfach. So, deswegen machen wir das jetzt ganz flott. Und zwar, äh, schneller lernen. Ich will schneller lernen. Weiter so. Ach gut, der erklärt mir gar nichts dazu. Mh, ich vermute mal ganz ehrlich, dass Feuerball wahrscheinlich 5 kostet. Also 5 Lernpunkte. Gucken wir mal, was wir mit den restlichen Lernpunkten jetzt machen. Aufheben geht natürlich auch immer noch. Ich meine, ich habe ja auch immer noch theoretisch das Langschwert, das ich vielleicht mal nehmen will. Da brauche ich 150. Und dann wäre vielleicht auch ganz cool, wenn ich irgendwann mal, äh, Schildparade lernen könnte. Die kann ich theoretisch auch schon lernen. Ne, da brauche ich Schwert. Ach doch, das habe ich schon. Können wir mal gucken, ob wir das vielleicht auch dann demnächst mal lernen. Ich glaube bloß, das Problem ist jetzt immer wieder halt arm wie eine Kirchenmaus. Obwohl, ich habe wieder ein bisschen was abgestaubt in der Arena. Vielleicht kann ich das gleich mal zu Kohle machen. Also zu Gold meine ich natürlich. Gleich mal zu Gold machen. Ich überlege, ich könnte mir halt auch ein Bastardschwert, ne. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da schon genug habe. So, Zweihänder, Org-Schlechter, Schwert. Und das Holzschild. Haben wir immerhin wieder 590 Gold. Wir krebsen echt am untersten Limit. Aber okay, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Und in der nächsten Folge werden wir uns den Rest von Geldern ansehen. Und werden mal schauen, ja, dass wir vielleicht noch das ein oder andere Empfehlungsschreiben abstauben. Aber das erst in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 3 Götterdämmerung. Bis dahin. Ciao.